rein töte ich bin nicht ein tank ach aber wenn halt die cutter reinspringt oder jeehee naja müssen wir halt schnell knockupen oder so wir haben ja genug zu zählen achja aber jetzt hier haben wir ja echt genug so sollte nach dem game auch gelockt sein hoffentlich dann kann ich das mal wie wir senden oder euch senden das sieht mega technisch aus nur weil da die tristan immer mal reingesprungen ist alles passiert das bittere an der sache ist halt einfach wir haben halt absolut nicht tanky und die haben halt jeehee und katerina wird ein bisschen bitter in teamfights glaube ich ja dafür haben wir genug zu zählen ich glaube wir sollten eher viel poken ja wegen des horaka hehehe 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 ups ja ja ach jees top laner glück mir was oh ja das wird sehr spaßig haben das wird sehr viel spaß haben hehehe das wird ja das wird ja so verrägen sehr viel sehr oft Es ist ein fucking Mastery Rank 4 und ja so wie ein Mastery, da habe ich keine Hoffnung drin. Kein bisschen. Okay, du bist Mitte, gell? Ja. Ja, dieser Run von Rack sieht ja mega hässlich aus, oh fuck. Richtig, richtige Maschine. So sieht es ja doch normal aus, aber wenn er rennt, ey. Ja. Vielleicht der Arm bewegt sich irgendwie komisch, oder die Arme. Idealerweise müsste eigentlich, ne doch, müsste Kevin da stehen, da drüben hier stehen und der Jungler da stehen, wo Kevin steht und dann kommt keiner in den Jungle rein. Nicht alles zu. Ja. 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 I'm gonna live forever, sobald er das gesagt hat So, ich kann einen hit tanken Ich kann einen hit tanken So, da ist, und jetzt braucht ihr was zu slayen Der hat auf jeden Fall beim Redline gespielt Ich kann einen Die noch mal wieder Oh Wenn du reinspringen willst, dann musst du zu mir zurückkommen. Ja, da ist. Okay, das heißt, sie muss weiter vorne stehen. Gut. Hach. Weiter runterpoken, es geht gar nicht. Komm her? Ja. Oh, holy shit. Das gibt es ja nicht. Ich vergeiks auch wieder. Das war hier oben. Das ist okay. War auch mein Bad. Ja, war eigentlich so 90% mein. Du bist keine richtige ADC. Du blamst den Supporter nicht. Ja, wie grad war's schon meines. Nein, du musst... Auch wenn dann du solo in 5 Personen reinhälst, das ist ein Supporter schuld, dass du bei... Da ist... Da ist... Ja, grad war's schon... Geil, jetzt müssen wir das halt drehen. Hat auch so nervig. Die Soraka, die heilt die halt immer hoch. Ich hab auch über 15% Damage von den Minions gekriegt über die Zeit gesehen. Ich bemerk grad was. Die Tristana hat den Exhaust. Nicht die Soraka. Ach so. Soll. Die hat grad nur einen Kehl gekriegt. Hm? Ach so gar nicht mal. Die Soraka hat den Kehl gekriegt. Hat ja noch. Hm, 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 hm. I don't know. Wie ist denn das? I know. Ich hab auch ein Begründer. Ich bin mit Marta. Ich hab auch ein Begründer. Ich bin mit Marta. Ich bin mit Marta. Ich bin mit Marta. Ich bin mit Marta. Du wohnst dir. Keine Karte? Keine Karte? Ja Achja Oh, hier ist gerade schon knapp hier Achtung Katerina Stopp hinten rein Jo Mal schauen noch ein bisschen vorsicht Katerina kommt Und tschüss Marvin Wegen Okay, hab gedacht, sie kommt gleich rein Achso, okay Na dann Richtig vertrauen in die Fortlehn Ja Bottes SS Ja Du lieber, dass du die Mitte gewinnst Dann gewinnen wir das Ding auch Aber ich glaube, es ist gar nicht so schlimm, oder? Jace gegen Kater Nö, das ist bisher alles okay Okay Das einzige Problematische wird bei ihm in Gates sein Aber da sollte auch Jace gewinnen Wenn theoretisch Ja Weil der einfach die Ulti von Katerina abrischen kann Bott fehlt immer noch, äh, keine Ahnung Ja, die hat aber ausgeprischt Okay Ich tue mal, boah, ich bleib mir hier vorne ein bisschen Ich bleib mal ein bisschen aggressiver hier vorne stehen Jo, ja, ich kann auch wie gesagt Ulti setzen Und dann, ähm, müssen die wahrscheinlich Minimum flashen Komm her, komm her Bei mir ist SS, Achtung Okay, der ist wieder da Ja Jetzt ist aber SS Jetzt ist aber SS Das gibt es ja nicht Ich kann reinflashen mit Ulti Hm Ich weiß nicht, wenn die ja ihre Ulti hat rausknallt, wasch Ne, lass Oder? Ja, kannst du lassen Ist okay Ja Lass lieber Drake oder sowas machen Warte, ich bin auch bei euch da Weiß nicht, bringt das was? Echt? Ja Ja Pfff, meine Scham Lanser Lanser? Lanser? Ich komm Ja, ich hab halt Towerhack Das meinte ich halt Oh Na gut, aber ein Supporterkill gegen... ist schon ein Wurf Ja Ja Stimmt schon Oh Oh Ich helfe ein bisschen Oh Oh Moment, ich helfe nicht Hm 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 Okay, gut Ich dachte der Dings kommt Was? Wie können die Triss eigentlich fast hier als Zeit holen, ich hab 50 Adi mehr als die? Und Plus ich hab jetzt schon ein paar Benalde Und Und Zorak hat erst Ja, die haben Support halt nochmal ausgebaut Gut Also zuvor Was macht die Kaisers, was macht die da? Ich könnte rein? Ja Ja, aber die kriegen nicht down Ja, aber die kriegen nicht down Wirst du mit Gold? Dann bei Gold Ja, ich Ich will die halt eigentlich ungern für den Supporter auch ausrauen Okay Ich mein Ich glaub nicht, dass wir sie kriegen Ja, wir brauchen Okay Ja Ja, aber Wäre aber auch ein Kill für dich Ja Naja, musst du ihn schon Dann Ich lass dich erst mal rein Ja 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 Hier ist SS Ja 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 Die ist oben Ja 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 Keine Sache Habt schon verstanden Ich glaub ich geh mal Backup 1 zu machen Ja Ähm, ich hab 1 Oh, sie müssen uns jetzt hier Immer noch mal gewordet So müssen Am besten einfach hier Ich bleib einfach Bleibst du? Ja gut, ich mein, ich kann auch bleiben, aber Ne, ich bleib einfach nur, dass die Wave nicht so zu hatten, wenn wir so ein Tower Man muss sich nur kurz Black, wenn du hier bist Wenn einer schon hier ist, dann sollte ich da auch ein bisschen an der Hand stoppen Okay, wenn unsere Botlane fehlt, die machen sich beide auf den Weg Richtung Drake Ah, ich bin wieder da Ja So, den kriege ich dann Wir lassen versuchen zu holen, würde ich sagen bevor er weg ist, oder? Ja Ich muss nur ein paar mir hoch haben Oh Oh Na ja, ich meine, das ist schistig, du bist da, du? Oh, aber los kann doch hier Ich muss auch die Funktion, bin ich sicher Jawohl, ich brauche noch ein bisschen Gold noch weiter pushen? Nö Ich geh erstmal back für'm Arns Woher willst du Redemption? Äh Ne, nimm's erst Oh, soll ich mal nur Trey kurz, Kevin? Hm Warum so ängstlich? Ja, wenn da jetzt noch mehr gewesen wär, wär'm am Arsch Ja, der Ultiger Tach Hallo Tach Oh, das ist Mitter Ja Ich push einfach Bot weiter, oder? Ja, ich muss irgendwie eh immer bei dir bleiben Jetzt ist halt hier so ne Phase, wo ich Ja, wo wir allgemein nie wissen, was wir machen sollen Ja Ja, es ist alles offen Quasi, aber jeder läuft für sich allein so ein bisschen Der Kane ist auch schon gut dabei mit 5-0 Wer? Der Kane Was ist er? Der Kane? Der Kane? Ich hab schon auf Kane geguckt und dachte mir schon WTF, ne Na komm, ich hol die Die Dings kommt zu euch, die Catarina Ist gut Ja, ist sie schon Wenn die kommt, dann ist sie tot Ja, die kommt zu spät Ja, die kommt zu spät Plus wenn die jetzt hier reinjumpt und dann ist sie tot Wir haben halt genug CC für die Na gut, ich hab grad keine Ultime mehr Ja, ich hab auch mal einen Jump, was der Äh, 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 abbricht Der Kane ist bei uns nach oben Ja, da müssen Tower Nein Ah, ist okay, ja Ich hab mein Bestes gemacht, um dich noch auszuleppen Nö, danke Ah, die kommen jetzt wahrscheinlich zu euch Ja Nice, äh, die gehen Na, aber wär denn das das Game Wäre das Im Game vorher passiert, dann, äh, 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 ne Bumus nicht weg Nein, die ist ja noch nicht weg Oh, noch? Vielleicht gibt's noch ne Chance Äh, dazu müssen halt jetzt drei Stücke Miteinander gewinnen Ich glaub, das wird eher nix Abwarten Äh, vielleicht Mein Name Weil wenn's mit meinem Name nicht funktioniert Also vielleicht mit dem Burst-Timer Tönt Ja, noch Wie, 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 wie wir den Baten? Äh, das ist ja das S celebrates Die ist da. Ich bin auch da. Die Kallen ist auch da. Hier ist der Kallen. Hier ist der Kallen. Hier ist der Kallen. Er ist halt oben beschäftigt. Darf man fallen gehen oder noch nicht? Ne, nicht in dem Tower. Ja. Schöne Ruhe runterpaugen. Der Yasuo ist halt drin. Schöne Ruhe. Schöne Ruhe. Schöne Ruhe. Schöne Ruhe. Ich bin gerade tot. Schöne Ruhe. 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 Ja. Nice. Ja, nice. Noch zwei. Ja. Ja.